Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von dem hier. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch heute mal in einer etwas außergewöhnlichen, also in einem etwas anderen Setting und zwar mit dem lieben Rezo. Hallo! Falls ihr ihn noch nicht kennt, pausiert mal kurz und lasst ihm ein Abo da und dann kommt wieder und guckt weiter. Oder ihr macht das Ganze am Ende, das sage ich jetzt glaube ich auch nochmal. Ja, macht das nochmal. Wir haben nämlich für euch die ultimativen Tipps, wie ihr genauso klingen könnt wie eure Lieblingskünstler. Und das Ganze haben wir unter das Motto, krass außergewöhnliche Chartkünstler kopieren, ey, gestellt. Dein Titel war anders, ne? Der war... Ne, ne, der war genauso. Ja? Ja, ja, ich habe mir das extra so ausgedacht, ja, das ist genauso. Klasse. Annen Mai Kante reit. Die Frage ist doch, wie geht diese Stimme? Also das Wichtige ist das Mindset. Hier sieht es viel zu fancy dafür aus, du bist der bodenständige Student von nebenan. Das muss so real sein, dass es fast schon wehtut. Aua. Also nüchterner Hintergrund, Basic Pulli, Mikrofon, los geht's. Und das soll dann meine Stimme? Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Stopp, 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 das ist viel zu sanft, du musst das schon so ein bisschen rauer in der Stimme machen. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Nein, 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 noch viel, 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 viel rauer, ich will richtig so deine Adern am Hals sehen. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. So. Aber wie geht denn? Revolverheld. Ich lass für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Ich hör mit dir Platten, die ich nicht mag. Alter, ich will schlafen, verzieh dich. Ich lass für dich das... Ach, Schwinde! Kraftklub. Och, Martin, ich würde so gern wie Kraftklub klingen, aber ich krieg diesen Spagat nicht hin. Zwischen Straßen, Kids und trotzdem nicht asozial. Hm, da gibt's nur eine Lösung. Ab auf die Straße. College-Jacke an und Rock. Meine Mutter sagt, Junge, geh mal schlafen, fahr mal in Urlaub. Ey, was machst du denn? Keine Töne, keine Melodie. Du stellst dir einfach vor, du telefonierst mit irgendwem und erzählst es. So, vielleicht ein bisschen lauter, weil du Hintergrundgeräusche überdecken willst. Meine Mutter sagt, Junge, geh mal schlafen, fahr mal in Urlaub. Aber ich soll auf die Straße, sagt Farin Urlaub. Ja, okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Scooter. Scooter geht ganz leicht. Du nimmst hier irgendeinen Text von Goethe, also muss irgendwas Lyrisches sein. Dann prägst du dir den ein. Ja, und am Ende streichst du es wieder aus seinem Kopf und liest stattdessen das hier vor. Hey, Rezo, ich habe ein Problem. Ich würde gerne wie... Okay, jetzt reicht's an. Jetzt kommt noch der Dadim. Ja, wie soll ich machen? So? Warte, warte, nochmal. Ja, okay. Und wenn ich so stehe und du das nochmal ins Mic reinsagst, sag das nochmal, sieht das so aus, als würdest du mir ein Blasen. Du kleine Streckschwein. Ab auf die Straße. Ich nehme jetzt das Geräusch für alle Dinger, für alle Ploppys. Ja, liebe Kinder, wieder was gelernt. Und wenn ihr noch nicht genug gelernt habt, dann könnt ihr bei Rezo vorbeischauen. Da gibt es nämlich noch ganz, ganz, ganz viele, also drei, vier Tipps mehr. Und wenn ihr das Video gut fandet, also dieses hier jetzt, dann gebt ihr noch auf jeden Fall einen Like. Da freut sich Marty sehr drüber. Ich freue mich da auch sehr drüber. Macht das. Freut uns alle und abonniert den und vielleicht nicht auch. Und jetzt, weiß ich nicht, hier gibt es noch ein Video, vielleicht das, wo ich den Pokémon Rap auseinandernehme. Auf jeden Fall, wo geht's? Zauberstoff! Auf Wiedersehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.